Perfekt! Dann schleppen wir uns rüber und schmeißen alles rundher. Ich hab auch die ganze Zeit die Krone dabei. Die kann ich eigentlich wegpacken, ganz ehrlich. Also die nehm ich ja immer, ne? Wenn ich mit euch rede, möchte ich ja nicht immer mit diesen roten Augen gucken. Deswegen nehm ich die raus. Oh, wir brauchen mehr Basaltbomben. Jo! Ähm... Das braucht, äh... Das hier. Das hier. Und Asquin-Haut, glaube ich, ne? Ich glaube ja. Oh, da haben wir noch 37. Ah, da liegt ja noch was, ne? Gut. Ähm... Äh, ne. Explosive Ladung doch nicht. Mit einem Katapult benutzt. Ne, das meine ich nicht. Ähm, Basaltbombe. Asquin-Blase war's. Stimmt. Dann, her damit. Halt. Die hat wohl ein Körper so und so. Damit es sich wieder richtig einsortiert. So, jetzt aber. Basaltbombe. Genau. Da braucht man den Schwefel nicht für, sondern nur dieses Pulver. Hm... Ich mach mal den Stack erstmal wieder voll. Oder soll ich gleich ein paar mehr machen, weil wir die auch in Zukunft brauchen werden? Ich glaube, ich mach mal einen Fuffi-Stack. Und... Wie viel auch immer wir brauchen. Ja... Einen Fuffi-Stack und einen 940er-Stack mach ich. Macht ja schon Sinn, ne? Weil... Das... Früher oder später wird es sowieso verbraucht. Also, ich glaube auch, wenn wir... Wir haben jetzt zum Beispiel einen Asquin. Und ich weiß, mit einem Asquin kann man durch Lava reiten. Das ist schon echt geil. Aber... Selbst wenn wir mit einem Asquin... Ähm... Erzabbauern gehen würden, würde ich mich nicht alleine darauf verlassen. Ich würde mir trotzdem welche mitnehmen. Ne? Wer weiß, was passiert. Also... Ja... Ist mir dann doch ein bisschen zu denken, dass... Oh, jetzt haben wir fast alles davon verbraucht. Da liegt Gott sei Dank noch ein bisschen was Neues. Ja... Ich glaube, das passt schon. Weil... Was heißt, wir haben es verbraucht. Also... Wir haben es ja nicht verschwendet. Wir haben es verbraucht. Wisst ihr, was ich meine? Wir müssen es ja irgendwie benutzen. Also... What votes? So, ich mach mal so. Außerdem repariere ich nochmal alles. Aus Prinzip. Und unseren Hammer von mir aus auch. So. Also... Und dann würde ich sagen... Halt! Wir machen so und die Spitzhacke hier hin. Den haben wir da. Warte mal. Es ist Nachmittag. Es ist ein bisschen zu spät, ne? Wollen wir lieber pennen gehen? Weil Mittag ist jetzt schon echt weit rum. Wir haben es jetzt schon nach... Nachmittag und kurz vor spät. Kurz vor spät. Äh... Ich geh pennen. Ähm... Ich hab Angst. Ähm... Vor diesem Nachpatrouillen im Aschenland. Da, ne? Ach, wie süß. Ja, doch. Ich find's irgendwie cute. Äh... Ah, warte. Ich hab ne Idee. Was mir gerade einfällt. Ähm... Nur ne kleine Änderung. Ich mach nochmal kurz hier die... Den Stroh hier weg. Und mach mal... Den hier nochmal kurz neu. Und zwar... So rein. Ne? Ne? Und das gleiche hier auch nochmal. Also den nochmal weg. Und... So. Das sieht besser aus, ne? Moment. Moment. So. Und... Möbel... Stroh... Hier hin. Und... Nein, nicht da oben drauf. Da sieht man auch, dass es höher ist. Wenn er da drauf bauen will. Was soll das? Was hat das für eine riesige Hitbox? Okay. So. Hier geht's. Hä? Gut. Dann. Da nochmal. Und von mir aus hier nochmal. Das kann ja von mir aus auch ein bisschen höher sein. Und es waren nur vier. Ja. So. Ist doch cute, oder nicht? Ich find's cute. So. Dann würde ich sagen, gute Nacht. Guten Morgen. Und ich hab übrigens in den Kommentaren gelesen. Es gibt die Fähigkeit mit dem Minen abbauen. Die von der Queen. Das stimmt. Und die ist nicht nur gut fürs abbauen, sondern die ist auch gut für Mana. Das stimmt auch. Da habt ihr auch alle absolut recht. Aber ich möchte diese Fähigkeit irgendwie trotzdem ungerne benutzen. Weil ich Aiktyr wirklich echt praktischer finde. Und außerdem müsste ich immer die Map wechseln. Weil wir haben hier bei unserem Altar die Bossköpfe ja nicht aufgehängt, sondern nur in unserer alten Map. Ne? Und ich könnte das machen, will ich aber gar nicht. Ehrlich gesagt. Ähm. Was ich mir aber hole, ist hier dieses Ausdauer... Dieses hier. Und das... Diese Flasche werde ich trinken, bevor wir anfangen zu hacken. Ne? Dann haben wir immer eine schnellere Ausdauerregeneration. Das halte ich auf jeden Fall für besser. Und wir machen den auf die Fünf. So. Energieschild. Nahrung, ne? Ich baller mir nochmal alles. Boah, der Mana-Balken. Zieht euch das rein! Uuuuuh. So. Perfekt. Und da... Hä? Wo muss ich denn hin? Da, ne? Da sehe ich noch Pilze. Aber die lasse ich da mal. Und... Achso, stimmt. Wir hatten den. Und wir hatten auf der Seite den da hinten. Den würde ich mir erstmal vornehmen. Kommst du erstmal her. Oh. Wir schaffen es jetzt sogar, mit dem neuen Stab, ihn in einer einzigen Fuhre zu killen. Das haben wir vorher nie geschafft. Das liegt am neuen Stab, ne? Der macht jetzt mehr Damage. Oh, hier habe ich so Angst jetzt. Weil ich ihm gerade schon wieder an der Lava gestorben bin. Uuuuuh. So. Ähm. Da ist der Turm. Sehr gut. Der da hat... Huch. Oh. Das war wieder so einer von den Feuerbällen. Ach ja. Der eine Feuerball hat mich einmal in die Lava geschleudert, ne? Das war vielleicht gemein. Weil ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe gesagt, hä? Das war doch ein Bug. Das war doch ein Bug. Ne, war es nicht. Das war ein Feuerball, der neben uns explodiert ist. Den man aber so gut wie nicht gesehen hat. Das fiel mir erst auf, als ich die... Also beim Cutten habe ich das erst gesehen. Das, äh... Das ist... Ich reg mich da drüber auf. So, äh, das war ein Bug. Das war ein Bug. Nein, war es nicht. Ich muss einfach vor diesen Feuerbällen, die immer hochfliegen, aufpassen. Weil die schleudern mich beiseite, ne? Das ist natürlich gefährlich. Und tschüss. Ja, Alter. Jetzt haben wir hier schon wieder so viel Grausten auf. Was soll ich damit? Weg damit. Und hier würde ich sagen... Machen wir mal... Ich mache einfach. Komm. Schön vorsichtig. Da, ne? Da war wieder so einer. Bloß aufpassen. Oh, oh. Da. Nein. Sehr gut. Und sind hier fein. Ah, hier ist ja Land. Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist ja praktisch. Okay, okay. Gut. Immerhin. Aber auch das ist ja gefährlich, wie wir wissen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach oben. Und hoffe, dass wir nicht wieder diesen Slide-Bug haben. Wo man hier so hin und her slidet. Maria hat geschrieben, sie hatte den Bug auch. Bei einigen Türen. Nicht immer, aber bei einigen. Aber, also... Das ist dann natürlich schon lästig. Wenn man nicht bis ganz nach oben kommt. So, ich gehe mal nach... Wow, nein. Ich gehe mal nach ganz oben auf die Spitze. Wenn er mich denn lässt. So. Und fange von hier aus... Von hier aus an. Machen wir so. Zack. Und let's go. Komm. So schnell, wie es geht. So. Dann hier. So. Es hat gebollert. Da. Ich slide schon wieder. Nein. Nein. Oh Mann, ey. Bitte noch nicht einkrachen. Bitte noch nicht. Ich bin noch nicht so weit. Ja, jetzt rutsche ich schon wieder ab der einen Höhe, oder was? Nein. Nein, 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 nein. Noch nicht. Er bewegt sich schon, oder? Ich glaube, ja. Schnell, 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 schnell. Ausdauer, 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 Ausdauer. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Nein, 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 nein. Ich greet, Lord. Da bin ich selber schuld. Oh Mann, ey. Das war noch wieder so klar, Alter. Aber das war wieder ziemlich fies. Ich bin nämlich wieder abgerutscht. Und da habe ich auch gerade übrigens gemerkt, ich hätte eigentlich den Ausdauertrank nehmen können. Konnte ich aber nicht, weil ich den Ausdaueregenerationstrank genommen habe. Und der hat uns ja gerade überhaupt nichts gebracht. Bin ich ehrlich. Ich glaube, vielleicht habt ihr doch recht und ich nehme nächstes Mal diese Fähigkeit. Labere ich hier ein und weiß es besser. Und ich glaube, ihr wisst es besser. Vielleicht sollte ich nächstes Mal wirklich die Fähigkeit nehmen. Und dann haben wir nämlich auch noch einen Platz frei für den Ausdauertrank. Halte ich für die bessere Idee. Ich mache mal den und den. Und von mir ist auch den. Und außerdem den. Und let's go. Nehme ich Rüstung mit oder passt das? Ich muss auf jeden Fall diese Lava Bubbles mitnehmen. Lava Dinger. Davon nehme ich mal fünf mit. Äh, die waren glaube ich hier, ne? Ist glaube ich sowieso egal. Wir nehmen es sowieso nicht mit einmal auf. Reicht das oder werde ich sterben? Mh, ich glaube das reicht. Ich probiere es. Weil wir haben ja sowieso gerade keinen Fähigkeitenabzug. So. Hier sind wir. Hier sind wir. Und ich muss nach... Wo war's? Da. Gut. Und bitte keine Feinde. Da sehe ich schon welche. Die versuche ich natürlich mal... ...so gut es geht zu... Wow! Outrunnen. Äh... Wo ist denn meine Leiche hin? Da hinten, ne? Hä? Ist der Lavaturm da noch? Wieso? Oder ist das ein anderer? Hä? Wo ist denn meine Leiche? Hä? Ist dieser... Ist der Turm immer noch da? Hat der einfach aufgehört zu... Warte mal. Och nö, nicht Naskwin. Nee, ich hau mal ab. Nein, nein! Wuh! Der hat mich über die Lava geschleudert. Und da bin ich hinter Lava. Das war gerade voll gemein. Das war perfekt positioniert. Verdammt. Okay, okay. Ist ja gut. Ich hol mir meine Ausrüstung. Und wir machen es Old Fashioned Way. Mann. Das Spiel lässt mir aber auch echt keine Chance, ne? Diese verdammten Nasklins regen mich so auf. Nein, tut sie nicht. Ich freue mich, dass es neuen Content gibt, natürlich, ne? Und wenn es zu einfach wäre, wäre es, glaube ich, auch langweilig. Nur, ähm, boah. Ich versuche es immer so auf meine Art, aber ich merke auch einfach, dass es, dass so experimentelle Sachen und Erfahrungen und all das ist in dem Spiel so zweitrangig, ne? Habe ich das Gefühl. Überhaupt nicht wichtig, sondern einfach, dass du, keine Ahnung, auswendig lernst, wie du Situationen meisterst, ne? Finde ich ein bisschen schade, aber was soll's. Komm. Nicht lang rumheulen. Wir rüsten uns aus, nehmen uns den Stab, den Stab und den mit und let's go. Ähm, ich habe alles eingelegt, ne? Gut. Dann mache ich mal die wieder auf die vier, aus Gewohnheit. So. Und let's go, jetzt aber. So, jetzt nochmal. Und diesmal mit ein bisschen mehr Verstand. Äh, ja, beziehungsweise mit Verstand habe ich es ja auch eben gerade gemacht, aber diesmal mit Kampf. Oh, nö, bitte nicht. Ja, ja, Alter, komm. Tschüss. Harp hier, bitte bleib von mir weg. So. Äh, Valkyre meine ich, nicht Harp hier. Wobei die auch ne Harp hier sein könnte, bin ich ehrlich. Mann! So, ich will, dass der Lava-Klumpen neben ihm explodiert. Deswegen laufe ich die ganze Zeit so im Kreis und... Verdammt! Hui! Das war knapp. Nein! Boah! Oh, ach, er war's. Er hat mich gesehen, gut. Hm. Alles klar, dann kurz Konzentration. Äh, ich sammle mal den Loot hier auf. Und kann derweil meinen Mana regenerieren. Ich habe keine Tränke dabei, ne? Wie soll ich dann den Kampf gewinnen? Kann ich nicht. Scheiße! Das sieht schon wieder überhaupt nicht gut aus. Ich laufe mal weg. Meine Herren, Alter. So. Energieschild. Ja, ja, ich weiß. Du bist übelstark und brutal und gefährlich. Ich hab's verstanden. So. So. Im Kreis. Hui! Er soll... Also, sie muss auf jeden Fall die Valkyra als erstes sterben, ne? Oh, nicht der Morgen schon wieder. Come on. Ich geh mal weg hier, damit der nicht auch noch mit in den Kampf reinkommt. Tschüss. Und... Attackers. Schnell! Tötet sie, tötet sie, tötet sie! Oh, die ist schon mal down. Energie-Schild. So. Und jetzt seid ihr dran. Ein nach dem anderen. So. Der Morgen da hinten, den... versuch ich mal... zu outsmarten. Oh, oh. Ich glaub, der hat mein Portal gesehen. Ne, der hat mich gesehen. Och, Mann. Jetzt sterb doch mal. Alle haben sie hier noch so zwei, drei Live, weißt du? Und der Morgen hat mich gesehen. Na klar hat er das. Oh, der hat ja halbes Live nur noch. Hm. Ich hab immer noch keine Tränke. Das ist sehr ärgerlich. So. Ausdauersparen. Ich laufe einfach mal immer ein bisschen und gehe und laufen und gehen. Willst du mich verarschen? Wo kommt die denn jetzt her? Erstmal der Morgen. Tschüss. Och, Mann. So. Jetzt bist du dran. So. Schön. Langsam gehen, um Ausdauer zu sparen. Ich gehe mal hier in Deckung. Und wir lassen unser Mana nicht unverbraucht. So. So. Lauf, 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 lauf. Sehr gut. Hat ihn weggefetzt. Ja, aber einfach alle nur noch einen live. So. So. Und. So. Und jetzt bist du dran. Bzw. ich bin dran, ne? Pfiuh. Ja, diese Umdrehung, alter. Die ist so brutal. Dieses, diese, dieser Wirbelsturm. So. Und ich habe auch gehört, dass Feuer eigentlich gar nicht schlecht bei ihr sein soll. Das kann gut sein. Dann lasse ich sie mal ein bisschen brennen. Wenn ich mal treffen würde. Aber so viel Schaden macht das gar nicht, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, Frost ist, was Mana zu Damage angeht, deutlich da. Guck dir das an. Wie viel Mana wir in Schaden umformen. Das ist doch unfassbar. Also da ist der Froststab einfach unschlagbar. Wow, nein. Nicht ins Feuer laufen. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Nicht schon wieder greedy werden, ne? Kurz vor knapp. Das war letztes Mal auch unser Tod. Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das überlebe. Ich sammle mal sämtlichen Loot ein, ne? Da war ja doch einiger Loot dabei, der sehr wertvoll war. Aber ich glaube, das meiste Wertvolle habe ich schon. Wir haben drei Federn. Wir droppen die nicht immer zwei. Hier ist die andere. Sehr gut. Dann holen wir jetzt unsere Sachen zurück. Wobei ich auch glaube... Entschuldigung. Wobei ich auch glaube, dass die jetzt mittlerweile gar nicht mehr alle passen, ne? Aber wir können ja immer noch aussortieren. Dann machen wir das gleich mal. So. Dich mache ich platt. Oh, viel zu hoch. Ach, das ist ja gar kein Bogenschütze. Ja, dann mache ich dich hiermit platt. Und dann hier rüber gerannt. Da sehe ich schon unsere Leiche. Das ist unser Grab. Und der Turm ist immer noch da. Das verstehe ich nicht so ganz. Er ist doch gerade eingekracht. Hä? Bitte nichts irgendwie in die Lava schubsen. Dankeschön. Oh, Gegenstände geborgen. Alle auf einmal. Sehr gut. So, und... Auf Wiedersehen. Dann können wir auf der Karte die entfernen. Obwohl doch stimmt. Wir hatten doch noch eine Leiche mit... Achso, das war die. Das war gar nicht unsere Leiche von vorher. Oh, oh. Wo war die denn? Die war hier, ne? War die nicht hier? Wo sind unsere Sachen? Ähm. Wo sind unsere Sachen? Da! Wow, 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 wow. Okay, okay, okay. Das ist ja gemein. Ähm, dann versuche ich mal so. Alles zu nehmen. Schon klar, wir sind überladen. Und das ist natürlich keine gute Idee. Ich nochmal so. Wir sind nicht mehr überladen. So sind wir fast überladen. Ich kann aber... Den anziehen. Das kann ich stacken. Das auch, das auch. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Anstatt... Vier Schwefel und fünf. Das hier nehme ich die beiden mit. So. Gut. Und wir könnten hier theoretisch weiter abbauen. Soll ich das machen, wo wir gerade hier sind? Es wird dunkel, da. Ne, es wird dunkel. Auf Wiedersehen. Aber, ähm... Könnt ihr mir mal erklären, warum der hier geblieben ist? Warum der nicht untergegangen ist? Das schnall ich nicht so ganz. Weil der war doch am sinken. Da sind wir gestorben. Und dann hört der auf zu sinken. Das ist ja sehr gut zu wissen. Aber gut. Ähm, ich gehe mal hier lang. Zu unserem Pordel. Da ist noch einer von denen. Den kriege ich in einer Fuche weg. Das langsame Bewegen. Sieht irgendwie ein bisschen albern aus, finde ich. So, du jumpst mal rüber. Und dann mache ich dich platt. Ah, oder so. Du machst dich selber platt. Das geht auch. Und... Tschüss. Sehr gut. Ja, dann hier hinüber. Und hier hoch. Sicher ist sicher. Und hindurch. So. Ja, und, äh, wo ich auch gerade auf den Timer gucke. Ich weiß, ich muss zwar vorproduzieren. Ähm. Aber ich schaffe das sowieso nicht in einer Fuhre. Also so oder so nicht. Und deswegen würde ich, glaube ich, auch hier jetzt. Erstmal wieder einen Cut machen. Und morgen weitermachen. Und da dann wieder zurückgehen. Und dann kümmern wir uns um die restlichen Sachen, die da waren. Ähm. Die restlichen Geistesdennen. Erztürme, die da waren. Oh, Stein müssen wir hochbringen. Stein und Marmor, ne? Ich sollte sowieso erst mal mein Inventar sortieren, bevor ich hier irgendwas mach. So. 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 Den dorthin. Den dahin. Den. Auf die. Der Froststab auf den. Der Dreier kommt nach hier unten. Der Dreier. Wo ist mein Feuerball? Ach, da. Ich dachte gerade schon, Alter. So. Ähm. Den auf die Fünf. Ne, der kommt auf die Drei. Und der hier hin. So. 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 Und so. Perfekt. Dann haben wir den ganzen Stuff wieder. Dann kann ich die Klamotten wieder anziehen und das andere wieder reparieren. Dann mach ich das auch mal. Damit wir immer schön alles griffbereit haben. So. Zack. Dann die Spitzhacke können wir ebenfalls reparieren, wo wir gerade dabei sind. Ach ne. Hier. So. Und die Sachen schmeiße ich erst mal hier hin. Die bringen wir gleich hoch. Außerdem brauche ich jetzt sehr viel Platz. Deswegen räume ich mal kurz meine persönlichen Sachen hier rein. So wie die. Huch. Ein. So. Und so. Und die von mir aus auch. Den Hammer hier rein. Die Axt hier rein. So. Und dann kann ich nämlich vielleicht das über. Ja. Das passt schon. Und dann kann ich nämlich das alles einsammeln. Und wir können das in einer Fuhre alles wegräumen. Oh. Viel besser. So. Vor allem Marmor, ne. Zack. Ach ja. Stimmt. Das haben wir gerade weggebaut. Muss ich gar nicht hochbringen. Perfekt. So. Aber Stein müssen wir gleich hochbringen. Ähm. Dann haben wir Federn. Häute. Eier. Also hier die Eier. Die Federn sind hier. Direkt neben den Häuten gewesen. Dann haben wir Monsterorgane. Dann. Kleinviehfleisch. Großvieh. Ne. Großviehfleisch nicht. Aber. Reptilienfleisch. So. Dann. Was war das hier noch? Feuer. Pilze. Trophäen. Feuer. Hier rein. Dann die Trophäen. Äh. Die Pilze meine ich. Hier. Zack. Ist richtig ne? Und die. Dieses eine Holz kommt hier hinein. So. Dann würde ich sagen. Nehmen wir mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Und noch ne Fuhre. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Weil wann brauchen wir schon mal Stein? Und Holz ist noch okay. Kernholz auch. Das hier könnte ich theoretisch wegbringen. Weil das brauchen wir. Wir kriegen davon so viel. Na egal. Ich lass es da. Kernholz. Edelholz sowieso nicht. Das sowieso nicht. Teer auch nicht. Gut. Harz. Ja. Komm. Was soll's. Ich bringe erst mal Stein nach oben. Und dann sollte das glaube ich reichen. Fürs erste. Zumindest. Und dann bringen wir gleich die Sachen natürlich auch noch an. So. Ah. Hier ist ja gleich Stein. So. Hier rein. Zack. Perfekt. Sehr gut. Dann noch einmal hier durchgerannt. Und. Ach ja. Stimmt. Die muss ich jetzt natürlich mit Hand aufbauen. Aufnehmen. So. Und dann bringe ich die mal oben wieder an. Und natürlich nicht die. Guten Vierer. Sondern die schlechten Dreier. Ne. So muss es ja nun mal sein. Hier hinauf. Und dann machen wir die. Fünf. Sech. Hä. Nein. Sechs. Sieben. Und hier rein. Die. Ja. Ist eigentlich egal. Äh. So ist es aber auf jeden Fall sortierter. Sehr gut. Und. Du warst also ein Tod. Wie? Dabei siehst du so klein und weich aus. Sag Odin. Dass er diese Form erfolgreich gebrochen hat. Aber. Dass sich die Wildnis niemals seinen Regeln unterwerfen wird. Äh. Das hat Akteur gesagt, ne? Ja. Naja gut. Irgendwie ein bisschen. Brutal. Dass wir den Kopf abtrennen. Und das Vieh immer noch lebt. Au. Weil es spricht ja noch mit uns. Also. Wie grausam sind wir eigentlich. Irgendwie finde ich das ein bisschen asymmetrisch. Oder? Warte mal kurz. Ich geh mal kurz nach unten. Hol mal alle Sachen wieder. Und baue das mal fix um. Weil das Stroh liegt ein bisschen schief. Eigentlich ein unnötiges Detail. Fällt mir gerade auf. Aber. Das liegt mir gerade am Herzen. So. So. Die Tränke hier außerdem auch wieder rein. Dann haben wir das nächste Mal alles direkt griffbereit. Und auch die hier. Hier hin. Sehr gut. Bei den Hammer, ne? Den brauchen wir natürlich. Immer. Immer mal wieder. Und. Und mit dem Stroh. Da will ich eigentlich gar nicht viel verändern. Da will ich eigentlich nur den, der hier ist. Den. Ein bisschen weiter rein. So. Und den hier hinten. Genau das Gegenteil. Ein bisschen weiter raus. Warte. Machen wir mal so. So, ne? Dann ist das zentraler. Sehr gut. So will ich das sehen. Die finde ich ein bisschen dick. Normalerweise brauchen Hühner ja eine Stange, wo sie ihre Klauen drum machen können, ne? Also, da würden sie ja nur so drauf sitzen. Aber sie können sich nicht festhalten. Ihr wisst schon, wie so ein Ast eigentlich eher. Mh. Da würde ich eigentlich ganz gerne dieses Ding hier nehmen. Den hier. Aber da mag ich nicht, dass diese Stöcker da unten runter gucken, ne? Das nimmt irgendwie ein bisschen die Illusion. Finde ich. Aber vielleicht fällt es ja noch was ein. Gut. Ähm. Das soll es aber dann für das Erste gewesen sein. Ich. Oh. Stimmt. Ich habe meine Dinge nicht dabei. Wisst ihr was? Da war ich so. War eine Mordsgaudi mal wieder. Auch wenn wir ein paar Mal gestorben sind. Wir haben jetzt ein bisschen hier dies und das gemacht und so. Folge 900 steht ja auch vor der Tür. Wir haben uns jetzt aber immerhin schon mal den ersten Asgwin getamt. Sehr gut. Aber ich bin noch nicht satisfied. Wir brauchen einen mit zwei Sternen. Das können wir dann immer noch machen. Theoretisch ist gerade Nacht, ne? Ah. Das machen wir nächstes Mal. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Lasst gerne ein Abo da und ein Like. Und auch gerne einen Kommentar. So wie immer. Das wäre super nett. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.